Willkommen zu den Japan Hardware Software Charts, vom 1.1. bis zum 6.2.22 Hardware, schwarz Nintendo Switch OLED Modell, 43.051 Verkäufe im Gesamt, 1.021.339 Verkäufe im Gesamt, 17.059.000 Verkäufe im Gesamt, 4.549.042 Verkäufe im Gesamt, 1.143.690 Verkäufe im Gesamt, 2.071 Verkäufe im Gesamt, 1.8054 Verkäufe im Gesamt, 1.088 Verkäufe im Gesamt, 210.536 Verkäufen 8er Platz Nintendo 2SXL 264 Verkäufen Gesamt 1.8181.570 109. Platz 109. Platz Playstation 4 8 Verkäufen Gesamt 7.819.310 Software, erschwert Pokémon Negrierten Alcoils 359.064 Verkäufen Gesamt 1.783.721 2. Platz Dying Light 2 Stay Human von der PS4 24.060 Verkäufe 3. Platz Marpa die Superstars 17.005 vor 3 Verkäufen Gesamt 58.695 4. Platz Marcaid 8 Deluxe 13.008 Verkäufe Gesamt 4 Millionen 44.111 5. Platz Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate 13.448 448 Verkäufe Gesamt 4 Millionen 530.245 6. Platz Dying Light 2 Stay Human auf der PS5 12.891 Verkäufe 6. Platz Pokemon Strahle Diamant Leuchteperle 11.661 Verkäufe Gesamt 2 Millionen 94.963 8. Platz Minecraft 9.090 Verkäufe Gesamt 2 Millionen 5.5168 9. Platz Animal Crossing New Horizons 8.586 Verkäufe Gesamt 7 Millionen 165.552 Und auf dem 10. Platz Ring Fit Adventure mit 7.286 Verkäufe Gesamt 3 Millionen 67.125 Das waren die Japan-Hasen-Sopfer-Charts vom 1.1. bis zum 6.2. 2022 Danke fürs Zusehen Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Tschüss! Lass 311. 38. 22. 24.